Hey Kids! Es gibt in Gabsen einen Theaterclub unter der Leitung von Matthias Lau. Die Idee, diesen Club zu gründen, kam, als er im Theatercamp der Städte Gabsen und Neustadt mit Kindern ein Theaterstück einprobte. Den Kindern und Jugendlichen hat es so Spaß gemacht, dass im November 2010 der Theaterclub gegründet wurde. Die 14 Jugendlichen im Alter von 11 bis 16 Jahren haben ihr erstes Stück, leben sie noch oder haben wir schon, fertig eingeprobt und auch schon aufgeführt. Sie werden demnächst eine Gruselwanderung im Ferienpass betreuen. Nach den Sommerferien proben sie dann ihr zweites Stück ein. Wenn ihr zwischen 10 und 17 Jahren alt seid, Theater mögt und Lust habt, auf der Bühne zu stehen, dann könnt ihr dem Theaterclub beitreten. Ihr sammelt auch super Erfahrungen dabei!